so so Hopla 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 so Hopla Machen wir ja noch ein bisschen mal umbellen Ja Du bist bei mir zu Hause Aber du bist bei dir schon zu Hause? Ja Lass mich einfach verlassen Ja Dreckige Ja mir fällt jetzt gerade nichts Nee alles gut Wenn irgendwas anfällt Einfällt dann können wir Einfach wieder bei Gelegenheit hier bauen gehen Das ist das schöne ja Das ist das schöne ja Das war einfach mal zwischendurch auch mal ne Na Ja Ich hab mehr Einfälle im Moment für meine Häuser Ja ist doch alles gut Wir haben ja jetzt eigentlich äh Relativ Ähm viel hier gemacht Passt das doch In kürzester Zeit Ebenst Ist da jemand eingeratscht Ist da jemand eingeratscht? Ah ne So Ja Ja ich werde noch einiges umbauen müssen Und nochmal neu bauen Und Das wird noch lustig Das wird noch lustig Ähm Bei denen Bei denen Oder Ich denke Ah ok Ich höre sie die ganze Zeit hier so ganz komische Geräusche machen Oh hier Da Ich hab dir nur ein Brot eingeschmissen Hier Nehm Friss oder stirb man Friss oder stirb Ja Bescheuert manchmal Also ganz ehrlich Ich weiß nicht wie die Überhaupt atmen können Nimm jetzt keine Brote oder An die nehmen nur Brote wenn mehr Becken da sind ne Glaub ich Ja ich lass mal noch was einfangen Ja 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 Alles gut alles gut Vielleicht mach ich ja den nächsten Einfamilienhaus Und so alles gut Egal jetzt erstmal Ist doch alles gut Ist doch alles gut Ja Ich hab dich dann einfacher ... So Hau Was haben wir hier noch ... Eine Steinruhplatte Erde ist hier auch noch drin Oh hier sind noch so viele Knochenmehl Das gehört gar nicht hier rein mehr Ist auch nicht Das auch nicht Sandstein auch nicht Sand auch nicht Öee Knochenmehl kommt hier an die Kiste Zack Uh Mh, mh, mh. Unis! Oh, nee. Das ist wieder bescheuert nach Unis. So, Pfeile kommen hier rein. Die Feder auch. Leder haben wir da. Sand. Kies, Sand. Sand, Sandstein, Sand. Mh, mh. Rohholz. Rohholz. So, Rohholz. Und, äh, Giestein. Musterstein. Da, yes. So, Zutaten. Gibt es ja was gespeichert. Das finde ich sehr schön. Mh, mh. Aha, hier, roter Pils. Und, hier, brauner Pils. Sehr schön. Achso, ja, jetzt haben wir so viel Eisen. Ja, so viel Eisen haben wir dann doch nicht. Äh, wie hieß er nochmal, wo man seine, seine Sachen dran reparieren konnte. Faye? Äh, an einem Schleifstein. Nein, 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 seine Ausrüstung. Also, seine, Dings. Äh, wie hießen die da? Äh, Amboss. Amboss, ja, genau. Da. Ach, dafür brauch ich drei so. Äh. Mehr Eisen. Es geht mir alles so ans Eisen. Alles für dunkel. Ich vergesse immer ab, den Boss. Warte mal. So. Na, toll. Na, mitnehmen, wie ich da wollte ich halt eigentlich nicht hingestellt hab. Kommen wir uns eben hinlegen, dann verbrennen wir vielleicht auch nicht. Ja, klar. Du, 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 du. Der Nachbarn brennen. Der Nachbarn brennen? Oder auch nicht mehr. Ja, wenn sie fröhlich sind, brennen sie halt mal, ne? So, Helmchen reparieren. Tüchchen reparieren. Dann gucken, wie weit kann ich denn? Dann ist ein Bein. Vielleicht, man, ich darf doch wirklich vor. So, das an, das an. Das an. Was fehlt mir eigentlich noch? Brust. Ich hab gar nichts mehr am Brust. Ich hab gar keine Titi mehr. Also, wirklich. Wie, du hast keine Titi mehr? Ne, meine Brust ist leer. Die wandert nochmal, achso. Zack. Bisschen mehr Schutz wär ja schön, zack. Und dann haben wir ein bisschen mehr Schutz. Ja, ist natürlich echt geil, dass jetzt der Amboss ausgerechnet hier jetzt steht. Teenstone. So. Stehen wir hier neben, nämlich. Shit. Guck nicht so, ich hab Hunger. Da kommt nochmal. Wie viel Eisen hab ich denn noch? Oh, mein Eisen geht mir zum Meilen. Ja, da muss ich doch alleine in die Mülle. So. Geh ich in die Haupthöhle oder geh ich in die, also in die Höhle, die ich jetzt gefunden hab, oder soll ich in die Höhle gehen? Die ich schon, die ich schon haben. Da nochmal gucken gehen. Da müsst ihr mal einen Eimer Wasser vielleicht mal mitnehmen. Hier, vielleicht mal Ratsache. Da müssen wir mal einen Eimer gezogen. Hier, ich muss mal rein. Hier, ich würde mal einen Eimer bekommen. Hier, ich würde mal einen Eimer kommen. Hier, ich würde mal einen Eimer sehen, ich würde mal einen Eimer nehmen. Du warst das nicht. Ja. Ja. Das ist Ton. Ich hab Ton. Was? Ton? Du brauchst Ton? Oder du hast Ton? Alter, was machst du da? Hast du dich auf dem Stuhl bewegt? Oder ist er gerade zusammengekratzt? Nee. Hey. Ich hab gerade Besuch hier. Wer nicht hier sein sollte. Hund oder ganz kleiner? Nervig. Hund. Ein klein. Ah ne. Dann die Kleine. Ich sag jetzt hier alles zu, Mann. Der Wasser brichtbar und die haben hier weg. Ist hier zu viel Wasser. Es ist zu viel Wasser, sag die Fein. Wie ist das dann? Wie hoch ist das dann? Äh. Hä? Wo ist denn der Weizen? Der Atter. Ich dachte gerade. Fupp. Ja, ich will dir hier gerade gerne was trockenlegen. Wo ich was ausbauen kann. Und inbauen kann. Okay, ein Rett haben wir dabei. Eine Truhe brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Wupp. Lass rein. Lass Gott hier rein. So, Stigis haben wir dabei. Die Kürbisse würde ich auch gerne hier lassen. Hallo? Würdest du hier lassen? Nein, was sieht irgendwie scheiße aus? Ja, egal. So. Achso, ne. Wasser einmal, wollte ich ja mitgenommen haben. So. Dann werde ich mich langsam in die Höhle begeben. und vielleicht nochmal ein bisschen so Erze schürfen gehen. Ich werde doch ein bisschen Terraformen hier machen. Jetzt doch? Ja, ich mache einiges weg. Was? Wen machst du weg? Wasser. Ach, jetzt doch. Das ist too much. Der geht nicht anders. Der Fluss zwischen uns, der muss ein bisschen ausgedünnt werden. Wer muss ausgedünnt werden? Der Fluss zwischen uns. Weil sonst kann ich das alles nicht umsetzen. Was ist mein Fluss im Ruf? Der Berg hier muss weg. Das ist nicht nur dein Fluss, oder ich gehe wandern. Nein. Was ist jetzt die Qual der Wahl? Geh du! Nein. Also Terraforming. Viel Ball gibt es da nicht. Kennt der Herr Du schon. Ja, oder? Ups, mache ich ihn ganz kurz. Das heißt, ich werde auch viele Bäume wegklatschen müssen. Irgendwann kommt der Herr so wieder und dann ist hier alles weg. Wahrscheinlich. Das ist ganz anders. Ja, ich finde, man hat sich verdrückt hier. Wenn wir gleich Päuske machen sollen, musst du Bescheid sagen. Ja, 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 ja. Ich hau dann eh jemand ins Bett. Da haust dann jemand ins Bett? Ja. So richtig mit Gewalt und so? Ja, ha, ha, ha. Ich frage fünf Rollen. Ich frage fünf, es war es so Nusser. Ja, ich frage fünf. Ja, ja. Ich frage fünf. Ja, ich frage fünf. Nächste Spitzhacke. Ich hab ne Idee, aber das passt alles nicht, wenn da zu... Sie hat eine Idee! Dafür muss ich aber viel Erde klatschen und viel zu machen und... Sie muss mir eine klatschen, was? Ich klatschte eine, ja. Ganz toll. Bist du wieder? Ja, manchmal. Oh, hi! Hier war ich ja noch gar nicht. Moin! Aua! Oh, die andere Flottermaus! Da ist ihr glatt, der Garaus. Doch, hier war ich schon irgendwie. Aber nicht so richtig. Aua! Ach, ich hab grad kein Schild gemacht. Könntest du bitte explodieren, wenn der Zombie da ist? Na, grad nicht. Ey! Wie so viele auch angreifen auf einmal. Das ist unfair. Aua! Die Erde drauf ist gleichmaßig. Ja, ha, 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 ha! Aua! Stirb! Doof! Ja, manchmal. Ja, manchmal. Schnell was essen, ne? Huuu! Alter! Ja! Wo kommen die denn alle her? Na klar, da ist auch Eisen, weißt du? Klar, kaum ist da Eisen, äh... Aua! Hör auf mit zu hauen, Mann! Geh doch mal weg! Und erwisch dich denn nicht, Mann! USB! So! Mehr essen hier! So, shit! Nein, ich guck dich ja nicht an! Ich war... Ich war im Menü, Mann! Ich war im Menü! Ich war im Menü! Ich war in meinem Winter, Mann! Du blödes, kleine Scheiße! Na, komm doch! Ich bin im Wasser! Komm doch! Aua! Ich bin auch im Wasser! Ich bin aber gleich tot! Du auch! Ich mach hier ein bisschen was zu! Jetzt, äh, greifen die sich gegen, sollte ich eigentlich auch gut! Stimmt, Mann! Du blöder Entmann! Oh, wurde aber Zeit hier! Entenmann oder Endermann? Ja, Endermann! Ist auch wie ein Entenmann, oder? Nicht wirklich, aber egal! Ja, fast! Du musst das Wasser hier zu machen! Okay! Äh... Komm, jetzt kann ich mich nicht bauen! Wenn ich euch brauche! Komm, Sklattie hier! Komm, Sklattie, die Sklattmann, äh! Let's dance, äh! Aua! Da! Nein! Kommt du denn her! Junge! Du warst gerade noch nicht da! Was ist das? Nein! Das war Runde essen! Das wird Nacht! Ich kann mich sofort hinlegen, wenn du möchtest! Soll ich das tun? Für dich! Na, wäre nicht! Sind mir sicher? Ich weiß noch nicht so ganz genau! Direkt am Wasserpennen! Soll ich liege! Ich habe drei Pfeile im Bauch! Glaube ich! Können auch mehr sein! Oh, da ist auch Eisen! Ich nehme mal mit! Weil wir brauchen Eisen! Ah! Das war nicht so schlau! Was schreißt du mir ins Ohr? Entschuldigung! Ich... Ich... Grab gerade weg! Und dann stürzt mir der ganze... Entschuldigung! Der ganze Kies gerade auf den Schädel! Boah! Oh! Ist das ein riesen... Oh! Alter! Was ist denn da ein Kies runtergekommen? Oh! Nein! 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 Ich war aber im Bett! Ja! Nein! Entschuldigung! Entschuldigung! Nein! Na ja! Lack der Server schon wieder mal? Ja! Was ist jetzt schon wieder los hier? Alter! Was ist denn kaputt hier? Was warum ich gestorben bin? Oh! Das Server steht sogar! Oh! 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 Super! Die steht jetzt grade an unserer Verbindung. Kann auch gerade nicht einsammeln. Ich seh' bei dir. Kuck mal! Wenn du auf... Tapptaste drückst... Dann siehste... Oh! Hm! Aber warum? Hier auch noch. Oah! Ich habe ihn durchgeknabbert. På! Helo hat das Spiel verlassen! Cool! Na gut! Machen wir eben eh eine Pause. Bis gleich. Ciao. Ja, ich warte aber eben auf den Zerber, bevor meine Sachen wechseln. Ach so, okay. Das ist Eisen und alle. Das ist eine Spinne. Ich kann die Spinne nicht angreifen. Ich kann die Spinne nicht angreifen. Ja, aber eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote-Host geschlossen. Alter. Boah, ich habe nur noch einen Strich. War das denn hier kaputt? Ja, ich kann auch nicht passen. Ja, ich logge mal auch aus und bis gleich. Ciao.